Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite-Leaks-Folge. Mit mir nehmen wir gleich... Ja, noch ein Ding, was hier... Also jetzt heute knallt es aber ein, ein Leak nach dem anderen. Das ist hier tatsächlich eine Fortnite-Nerf. Also das ist wohl schon ein paar Monate her, dass das Ding hier mal irgendwann in einem Epic-Post erschienen ist. Und hier, so soll das Ding dann mal aussehen. Nerf kennt ihr ja mit Sicherheit alle. Kannst dich mit so einem Schaumstoff-Dingend abschießen. Es ist auf jeden Fall interessant, der Nerf Fortnite ARL-Blaster soll dann wohl ab dem 1. Juni 2019 für 49,99 Dollar zu kaufen sein. Ja, 10 Darts in einem Clip und 20 Darts zum Benutzen. Also, Brauchbatterien, die sind nicht mehr drin. Aber, ja, was haltet ihr davon? Fortnite in real life, man! Kommt der mir da auch noch hier? Kommt der mir da mit einem Fortnite-Nerf an? Unglaublich. Ja. Auf jeden Fall ein cooles Teil. Ha! Geil! Wäre da auch mal nicht schlecht, eine Super Soka zu machen, die so ähnlich aussieht, oder? Ja, kennt ihr das Super Soka? Super Soka! Gibt es ja richtig geile Teile. Haben dann der Herr Sofort und ich haben uns auch schon mal solche Dinger geholt. Er hat sich da so eine Super Soka-Bazooka geholt. Das Ding hat halt einen einzigen Schuss abgefeuert. Aber der war dann dafür gewaltig. Und das fand er mega. Und ich habe mir dann dafür eine Automatik geholt. Na, aber auch gleich schon vornherein, ich habe ihn hundertmal gefragt, aber ich meine, bist du dir wirklich sicher, dass du diese Bazooka haben willst? Ja, ich werde lieber lang. Ja, klar. Mit der Mario Stichfertige ist, ob bist du dir richtig, richtig sicher? Also, ob du diese Bazooka haben willst? Ja, 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 ja. Natürlich. Ich kippe dir die letzte Mal, willst du das Ding wirklich? Ja, ist okay. Ja, er war dann doch ein klein wenig frustriert, weil, wenn er mit dem Teil nicht getroffen hat, was bis auf einmal, glaube ich, fast ständig der Fall gewesen ist, dann kam ich eben mit meiner Automatik an und das Ding hat halt die ganze Zeit einen Schuss nach dem anderen abgefeuert und er war halt pitschnass von oben bis unten. Dann wollte er tauschen und ich sagte, nö, ich habe dich ja hundertmal gefragt. Also, wäre auch mal eine coole Idee, Epic hier mal eine Fortnite Super Soka zu machen. Ja, wäre auch nicht schlecht. Also, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, einen Daumen nach oben da, würdet ihr euch so einen Teil holen? Kennt ihr Nerf? Spielt ihr Nerf? Ja, schreibt doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und schaltet das nächste Mal wieder ein... Abonniert den Kanal. Moment, 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 Moment. Erstmal Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glock. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Links, mit mir, dem Herrn Gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.